Es ist soweit, Zina, Louis sind zu zweit. Jo, meine Freunde, was geht ab? Und herzlich willkommen bei den XRP-Los. Ja, Leute, neuer Tag, neue News, XRP-Los. XRP-Deutschland ist heute wieder mal an diesem Morgen hobbylos miteinander vereint, Louis. Ja, Samstag ist es soweit, Zina. Jawohl, Wochenende, hoch die Hände, Louis. Aber wir haben keine Hobbys, natürlich nehmen wir XRP-News auf. Unter anderem SEC vs. Whipple. Es geht in die nächste Runde. Wir müssen auf jeden Fall darüber sprechen, weil der eine oder andere hat sie beschwert. Ihr habt gestern nichts dazu gesagt. Wir schauen uns das auf jeden Fall wieder mal an. Abgesehen davon geht gerade alles runter wegen Japan. Dies und vieles mehr in diesem Video. Ich würde einfach mal sagen, um uns zwei und vor allem die Familie zu unterstützen. Abonnieren wir alle diesen Kanal. Drücken dick auf, gefällt mir in diesem Sinne. Rein in die Olga. Gib uns ein Like und folge der Community. Denn wir berichten täglich über Ripple XRP. Wir sind nicht nur zwei Soldaten in einem Schützenkraben. Die XRP-Armee hat ihre Wallet durchgeladen. Vorab wollte ich auf jeden Fall gesagt haben, Leute. Es gibt anscheinend, das haben wir euch schon vor Wochen gesagt. Und das haben wir auch schon vor Monaten gesagt. Es gibt ein Comeback bei Bitwavo. Ja, ganz wichtig. Sie mussten jetzt bis zum 31.7. alle Kunden von der Plattform runterkriegen. War eine Anforderung von der BaFin, nicht von Bitwavo. Hier nochmal ganz wichtig. Sie wollen regulatorische Klarheit. Und dafür gibt es solche Anforderungen. Selbst wenn sie jetzt ab den 1.8. wieder am Start sind, mussten alle runter. Ganz wichtig, dass es jetzt aktuell Bitwavo powered by Hive. Also es ist nicht komplett Bitwavo wieder zurück in Deutschland, sondern powered by Hive. Komplett gleiches Interface, gleiche Gebühren und so weiter. Aber das ist wichtig hier nochmal zu erwähnen. Jetzt kann man, sag ich mal, seinen Account zu dem neuen Account migrieren und dann in Zukunft auch nutzen. Neukunden werden die Tage auch kommen. Wir hauen alle Informationen die nächsten Tage auf jeden Fall raus. Auch zum Neukundenbonus, zum bestehenden Bonus, also für bestehende Nutzer wird es einen Bonus geben, den wir dann auch nochmal raushauen, damit hier alle davon profitieren. So wie natürlich auch die Gebühren kriegt ihr alle zurück in den Zeitraum, wo dies passiert ist. Für alle, die ihre Coins nicht verkauft haben und drauf liegen haben, die Coins sind immer noch da. Die sind nicht weg, die sind immer noch da. Ihr könnt die einfach rüber transferieren oder sonstiges. Genau, wird automatisch dann gemacht. Dürfen oder durften sie natürlich auch nicht hier sagen, genau wie die Gelder werden dann jetzt automatisch oder wurden automatisch auf euer Konto hinzugefügt. Aber ich würde sagen, Sina, wir gehen jetzt auf die News ein. Ich wollte dazu noch gesagt haben, wir haben ja im Video gesagt gehabt, Bitwavo, es gibt ein Comeback jetzt auf jeden Fall. Da hat der eine oder andere mir geschrieben, was erzählt ihr denn da? Ich finde nichts im Internet. Ihr findet auch nichts im Internet, denn wir sind an der ersten Stelle, wir waren die Ersten, die es erzählt haben und es wird immer so sein, dass wir die Ersten sein werden. Ja, deswegen folgt ihr auch rein, weil das ist auch mit den XRP-News so. Wir versuchen euch immer die aktuellsten und besten XRP-News hier mitzuteilen. Und das natürlich hier täglich. Und hier haben wir eine News zum Sunshine Act Notice. Da haben wir in den letzten Wochen auch mehrere Termine von der SEC gesehen. Also es wurde ja gesagt, dass es ein geheimes Treffen ist oder gesagt, ein Treffen unter Verschluss der Öffentlichkeit. Und nachdem wir in den letzten Wochen diese Termine schon mehrmals verschoben gesehen haben, ist das jetzt auch wieder der Fall gewesen. Und zwar haben wir hier nochmal stehen, das Warten geht jetzt weiter. Das mit Spannung erwartete Treffen hinter verschlossenen Türen wurden jetzt auf den 7. August verschoben. Und wird diese Verzögerung eine Einigung näher oder weiter in die Ferne rücken. Ja, das stimmt gar nicht, was da steht. Nicht 7. August, sondern 8. August wurde da verschoben. Da hat der Autor wohl einen, sag ich mal, Tippfehler. Ich bin mir ziemlich sicher. Ja, wir haben es ja auch nochmal stehen, wenn man hier nochmal genau schaut, dass es der 8. August ist. Natürlich sind diese Sunshine Act Notice Treffen dafür da, um unter anderem auch Einigung in Klagefälle zu erzielen. Aber das heißt natürlich hier nicht, dass dies definitiv zwischen Ripple und der SEC jetzt passieren wird. Wir haben auch letztes Mal bei dem letzten Treffen schon gesagt, dass es mehrere Anwälte gibt, die hier behaupten, dass beide Parteien nicht auf eine Einigung raus sind, sondern beide Parteien gewinnen wollen und die Anwälte definitiv davon ausgehen, dass Ripple gewinnen wird und das auch nicht mehr sehr lange dauert. Aber Sinan, es kann natürlich sein, dass wir ein Klageende sehen, dass wir eine Einigung sehen, wenn natürlich Ripple regulatorische Klarheit bekommt. Nachdem das gestern verschoben wurde, sag ich mal, dachten wir, okay, hier Pille-Palle. Dann, ne, darüber muss man nicht sprechen, aber der eine oder andere hat sie beschwert, hat gesagt, hey, warum spricht ihr nicht darüber, dass wieder verschoben wurde, eventuell gibt es jetzt eine Einigung, bla und blub. Leute, es gibt noch keine Einigung, es gibt natürlich jetzt wieder die Gerüchte, die haben jetzt verschoben, weil die sich doch geeinigt haben, etc. Es kann jederzeit so sein, ne? Ja, aber wir haben keine News, dass die sich geeinigt haben. Warum sollen wir denn, wie der eine oder andere, sag ich mal, in diesem Business erzählen, dass die sich geeinigt haben? Die haben sie nicht geeinigt. Das sind einfach aktuell gerade nur Spekulationen, wir sehen, sag ich mal, diesen Sunshine Egg Notice, also das Treffen, was wir die letzten Wochen oder auch immer mal wieder bei der SEC sehen und das wird natürlich gerne, ja, da rein interpretiert. Aber, Freunde, wie gesagt, es kann jederzeit vorbei sein. Wir warten aktuell nur noch auf die Nachricht von der Richterin, was jetzt Phase ist und dann hoffentlich wird das Ding hier durch sein. Und hier auch nochmal XRP-SCC-Vergleich, 500 Millionen XRP freigeschaltet. Ja, geht um den Escrow. Ja, und jetzt natürlich, nachdem der Escrow, wie immer, am 1. August, sag ich mal, freigeschaltet wurde und verteilt wurde, sagen die, ja, diese ganzen XRPs gingen an die SEC und so. Da gab es natürlich diese Gerüchte. Das ist auch natürlich Schwachsinn. Hier muss man auch wieder die Kirche im Dorf lassen, Tina, ganz klar. Und natürlich gibt es sehr, sehr viele Spekulationen und sehr viel, was hier im Hintergrund alles passiert, wo man natürlich auch vernünftig spekulieren kann. Aber das müssen wir natürlich rausnehmen. Wir haben jeden Monat, wo, sag ich mal, aus dem Escrow eine Milliarde XRPs rausfließen und die nicht genutzten XRPs, die zu den Börsen gehen, gehen zurück in den Escrow, bis der Escrow definitiv leer ist. Also ganz, ganz wichtig. Das ist ganz, ganz normal. Also gegen keine 500 XRPs an, sag ich mal, die SEC, so wie jeder erzählt hat. Also was soll das denn? So, Leute, schauen wir uns einfach mal weiter an. Ich werde einfach ein bisschen gute Laune haben, Leute. Nur ich habe keine gute Laune, weil der eine oder andere da eine Hetzjagd gegen uns veranstaltet hat und gesagt hat, was erzählen die da, bla und blub, blödsinn und wir würden zu viele Witze machen. Leute, immer noch, ne? Ich sage euch, wie es ist. Dieser Kanal ist kostenlos. Ihr könnt euch das Video kostenlos anschauen. Ihr könnt auch es sein lassen. Ihr müsst dieses Video nicht schauen. Es ist kostenlos für jeden zugänglich. Täglich könnt ihr hier XRP News gucken. Und glaub mal, ne? Wir hätten eventuell auch andere Hobbys oder wir hätten auch Familien, mit denen wir chillen können, auf dem Sofa sitzen würden oder keine Ahnung, weiß der Geier was machen würde, während draußen die Sonne scheint. Aber wir sitzen hier und danach so einen Blödsinn zu hören, das macht mich auch wütend. Ja, ganz wichtig ist auch zu sagen, dass wir hier nicht behaupten, dass wir die größten Experten sind oder irgendwelche Analysten oder so. Wir tragen nur von Experten, von Analysten die News zusammen. Wir versuchen alle News kompakt, euch jeden Tag lustig, einfach verständlich mit unseren jahrelang rausgearbeiteten Informationen, die wir uns angeeignet haben, euch mitzuteilen, damit ihr diese Zeit auch definitiv besser nutzen könnt. Das ist unser Ziel, unsere Aufgabe und wir wollen hier nicht irgendwie einen auf Mega-Experten machen. Wir sind so wie ihr. Wir wollen oder informieren uns hier einfach nur selber an dieses Projekt. Absolut. So, jetzt müssen wir gute Laune haben. Definitiv, weil für mich geht es gleich zu Olympia-Sinan. Okay, wir machen jetzt gute Laune, Leute. Dann machen wir weiter. Ich habe gehört, dass du heute mit Olga Kanu fährst. Ja, ich hoffe, dass wir nicht untergehen, aber olympische Disziplin diesmal mit Olga Zweiherkanu. Aber wie soll das denn sein? Wie soll der Kanu sein? Also sag mal, hier sitzt du, weil vorne, du bist der Vordermann und Olga sitzt hinten, weil sie ist, sag ich mal, der Motor. Ja. Wie soll das gehen, Janik, wenn du da sitzt, tamam. Aber wenn sie sitzt, das geht doch so hoch, Janik. Das ist meine heimliche Taktik, die eigentlich hier nicht veröffentlicht werden soll. Umso schneller, weniger Reibung sind wir im Wasser unterwegs, ne? Aber, ey, das wäre... Jetzt habe ich gut die Laune. Also du und Olga heute Kanu fern, oder was? Heute zweier Olympia-Disziplin. Ich werde auf jeden Fall berichten. Es läuft, es läuft. So, jetzt schauen wir uns einfach mal das nächste an, was auch sehr interessant ist. Ja, und Ripple besiegelt wichtige Partnerschaft, um die Einführung von XRP Ledger voranzutreiben. Also ich frage mich, was das hier gerade für ein Hintergrundbild ist. Also irgendwie sieht das ein bisschen komisch aus. Das sieht wirklich ein bisschen wie deine Partys damals aus. Ja, ist aber jetzt von mir keine verrückte... Ja, ich weiß ja, Louis, ich war noch nie auf einer Party. Ich weiß nicht, wie das da ist. Du warst noch nie auf einer Party. Nee, 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 ich war noch nie auf einer Party. Ich bin so, ich bin noch jungfräulich, Louis. Da wollte ich noch gesagt, aber schauen wir uns kurz das hier an. Ja, und zwar Ripple, ein führender Anbieter von Blockchain und Kryptowährungslösungen, hat seine Partnerschaft mit der National Federation of Association of Central Bank Serves erweitert, um die Einführung des XRP Ledger-Technologie in Brasilien zu beschleunigen. Hier nochmal die Bestätigung, Freunde. Da waren ja auch sehr viele Gerüchte um dieses Thema. Und zwar diese Zusammenarbeit zielt darauf ab. Innovative Finanzlösungen zu entwickeln, die das XRP Ledger-Netzwerk nutzen und so eine große Effizienz und Inklusivität im Finanzsystem fordern. Also hier der nächste Acclarator-Programm von Fenasbach. Forderung des Fintech-Wachstums. Also Fenasbach, ein führendes Unternehmen mit über 50 Jahren Erfahrung, hat sich von einem Finanzdienstleister für Zentralbankmitarbeiter zu einem Vorreiter im Bereich der Finanzinnovation entwickelt. Und das Next Acclarator-Programm, also das größte in der brasilianischen Finanzlandschaft, bietet aufstrebende Fintech-Unternehmen Ressourcen, Mentoring und Investitionsmöglichkeiten, um das Wachstum voranzutreiben. Und im Rahmen dieses Programms wird Ripple zwei Fintech-Unternehmen finanzieren, die XRP Ledger nutzen, um skalierbare Blockchain-basierte Lösungen für verschiedene Anwendungen zu entwickeln. Und darunter die Tokenisierung von Vermögenswerten, Zahlungen, Treasury-Management sowie Kreditvergabe und Aufnahme. Also genau die Punkte, Freunde, die sehr wichtig für Banken sind, die wichtig sind für dieses ganze Finanzsystem. Also hier wird wirklich Step für Step das ganze Ökosystem etabliert. Nicht nur der Name wird umgeändert, damit es noch einfacher ist, sondern auch die ganze Technologie so maßgeschneidert, dass die Banken definitiv interessiert auf Ripple sind. Genau, da wird Ripple in zwei Fintech-Unternehmen jetzt investieren, um, sag ich mal, später die Früchte wieder zu ernsten. Genau, man wird jetzt investieren und nachher, genau richtig gesagt, Zina, genau das ist es. Man muss hier ein bisschen weiter gucken, nicht nur von heute nach morgen, jetzt direkt gleich reich werden, sondern wir müssen wirklich dieses System, was hier aufgebaut wird, das muss man verstehen, dass das irgendwann uns die Taschen füllen wird. Luis, die denken schon weiter, weißt du, auch jetzt in der Schweiz mit Matteo, dein Kumpel und so. Matteo, mit Taco, ja. Mit Taco und viele andere Unternehmen, die investieren, die investieren, die investieren und irgendwann mal wird nur noch geerntet, ne? Ja, das ist, was viele Leute nicht verstehen, dass natürlich jetzt gerade im Hype, in Bullrun-Phase, Meme-Coins und irgendwelche anderen Projekte unglaublich Hype sehen, aber wenn wir langfristig sehen und dann in Zukunft Anwendung kommen, glaube ich persönlich natürlich auch nur meine persönliche Meinung, dass die Projekte mit Anwendungen, die genau so ihre Politik fahren, definitiv mehr Lorbein ernten werden und dann die Zeit kommt, wenn wirklich die Real-World-Adoption kommt. Absolut. Ich wollte jetzt noch kurz gefragt haben, weil ich gute Lorne gerade haben möchte, weil ich schlechte Lorne hatte, willst du lieber eine Zitrone oder eine Orange ernten? Boah, das ist schwierig, Sinan, also ich bin ja Zitronen-Liebhaber, das weißt du ja, ich esse ja Wassermelone mit Zitrone, kann ich auch nochmal nur empfehlen, ähm, schön Zitrone über die Wassermelone reinbeißen, aber Orange sind natürlich auch nicht schlecht, ne? Wenn du die Wassermelonen mit Zitrone isst du die, ne? Wenn du das, sag ich mal, vor meine Eltern machst, ne, die schmeißen dich raus, ne? Junge, bei uns Türken gibt's sowas nicht, so. Schauen wir uns kurz mal Japan an, was auch sehr interessant ist, weil der eine oder andere ist jetzt eventuell der Meinung, ja, es geht jetzt alles runter wegen Japan, da wollte ich noch kurz sprechen und da wollte ich meine persönliche Meinung noch dazu sagen. Ja, also hier haben wir den News, hängt der Preisfall von XRP mit der japanischen Bankenkrise zusammen und das ist natürlich eine große Frage, ähm, ich denke, es sind sehr, sehr viele Zusammenspiele aus vielen Ereignissen, die, ähm, ja, mit diesem kleinen Preisfall, sag ich mal, zu tun haben. Ähm, wir haben auch keine Zinssenkung gesehen, ähm, wie gesagt, Japan ist am Start geopolitisch, äh, es ist auch etwas schwierig aktuell, ähm, und hier nochmal, Japans Herausforderung im Bankensektor und XRP-Verbindung und insbesondere der Bankensektor in Japan stand seit Mitte Juli vor Herausforderung, als die Bank of Japan beschloss, Interventionen auf den Wiesenmarkt durchzuführen, um den fallenden Yen einzudämmen und bemerkenswert ist, dass der Wechselkurs in der Nähe von 162 Yen, äh, pro US-Dollar schwankte und die Intervention der Bank war wichtig, um das Abrutschen unter dieses Niveaus zu verhindern. Freunde, wir müssen uns auch nochmal hier dran erinnern, wer ist ein sehr, sehr großer Partner von der Bank of Japan, ähm, wo sind sie bullish drin und wir wissen, wie gesagt, dass das System gerade am Bröckeln ist, da muss man ein neues System etablieren, um, äh, ja, das, sag ich mal, zu retten. Ich denke, der XRP-Ledger ist ein krasser Kandidat dafür, Sinan, ne? Ja, absolut, guck mal, das passt auch dazu, ne? Ja, CEO und CTO von Whipple sprechen im September in Tokio über den XRP-Ledger, ne? Das finde ich auch krass. Ja, nicht nur in London und so, Sinan sind, äh, oder ist Whipple unglaublich stark vertreten hier in Tokio, auch Veranstaltungen, auch weiter gesagt auch in Dubai, überall ist Whipple vertreten auf den größten Fintech-Unter, äh, da wollte ich noch kurz meine Meinung dazu gesagt haben, weil, äh, diese Nachricht, ne? Die hat mich ein bisschen gestört, so, ich zeig die nochmal, ja, äh, fällt der Preis von XRP wegen Japan? Ich bin der Meinung, wir haben es gestern auch gesehen, da gab es natürlich irgendwelche Begründerungen, warum alles fällt und so, ich bin absolut der Meinung, alles fällt, weil da einige Sachen, sag ich mal, in Iran jetzt gerade passiert sind, ich möchte auch nicht in diesem politischen Thema eingehen, aber, wenn da jetzt wieder, wir haben vor ein paar Monaten gesehen, als, sag ich mal, Iran geantwortet hat, ne? Wenn da irgendwas passiert und alles fällt, ne? Ja, dann braucht der eine oder andere nicht heulen, es ist nun mal so, wir haben keinen Einfluss, die ganze Welt hat keinen Einfluss, was geopolitisch da alles passiert, ne? Wir können nichts dafür, dass da Kriege passieren, sag ich mal, irgendetwas anderes passiert und wenn sowas passiert, dann fällt der ganze Markt, es ist nun mal so. Er holt sich aber auch wieder, das muss man ganz klar so sagen, man muss hier natürlich... Es hat sich erholt, auf jeden Fall. Genau, man sieht jetzt, was mit der Ukraine und so weiter passiert ist, der Markt hat trotzdem All-Time-Heiß gesetzt und wird das definitiv auch weiterfahren, also alle Zeichen stehen immer noch auf Grün und solche Dinge sind natürlich absolut katastrophal, ja, der Markt antwortet drauf, aber wird sich, wie gesagt, auch wieder erholen, geopolitisch, Zinssenkung und natürlich auch solche Dinge wie Japan und so weiter, ja, sind halt einfach schwierig, kurzfristig, aber, wie gesagt, Freunde, guckt euch den Markt immer langfristig an, dann wird das alles gut laufen. Guck mal, da habe ich gestern auch Nachrichten erhalten, was erzählt ihr denn da, wieso erzählt ihr denn alles positiv? Die XRP blutet gerade, ich weiß nicht, wo XRP hier blutet, bei 57 Cent, Leute. Wir waren bei 60 Cent, oh, wir haben 3 Cent verloren, ja, was soll ich machen? Ja, anscheinend blutet, anscheinend ist gestorben. Alle tot, alle tot. Die Beerdigung ist schon angesagt, Beerdigung bei den einen oder anderen. Ja, schon einen Anzug geholt ziehen dann, oder? So, jetzt kriege ich schon wieder eine schlechte Laune lang. Guck mal, komm, meine Ohren sind schon... Ja, komm, ich glaube, hier ist schon heiß, ja, im Klünen. Guck mal, richtig warm, ohne Scheiß. Ja, Freunde, dann müssen wir einmal kurz über dieses Projekt sprechen. Ich glaube, das sollten alle kennen. Platz 15 in der Top 100 der Kryptowährung, und zwar geht es hier um Polkadot. Dort, ein unglaublich starkes Projekt mit einem unglaublichen Use Case, der meiner Meinung nach auch in diesem Bullrun noch sehr, sehr starkes Potenzial hat. Uns erreichen immer wieder Nachrichten zu Polkadot. Seht ihr da noch Potenzial? Wie sieht das aus mit der Technologie? Und besonders zum Thema Interoperabilität möchte ich noch einmal darauf eingehen. Hier sehen wir es nochmal im Hintergrund, das Blockchain-Space, Ökosystem für grenzenlose Innovationen. Und hier haben wir schon den Punkt echte Interoperabilität. Freunde, ihr wisst, wie oft wir das prädigen, wie wichtig in Zukunft Interoperabilität sein wird, also, dass mehrere Systeme connected werden können. Und Polkadot konzentriert sich auf die Verbesserung der Interoperabilität und der gemeinsamen Sicherheit zwischen verschiedenen Blockchains und bietet eine Plattform, die Funktionalität und Effizienz optimiert und gleichzeitig eine robuste Community-Governance gewährleisten will. Da haben wir noch mehrere wichtige Punkte, auf die ich eingehen muss. Und zwar ist es einmal die dezentrale Governance. Also Polkadot implementiert ein partizipatives Governance-Modell, bei dem Dot-Inhaber wichtige Entscheidungen durch referentes Treffen und demokratisches Ökosystem-Management zu gewährleisten. Dann haben wir die wirkliche Interoperabilität, also durch sein Cross-Chain-Kommunikationsprotokoll, das wird XCM genannt. Erleichtert Polkadot die Übertragung jeder Art von Daten zwischen verschiedenen Blockchains und dies ermöglicht die Entwicklung dezentraler Anwendungen, die nahtlos über mehrere Netzwerke hinweg betrieben werden können. Dann haben wir das Substrat, also dieses Framework bietet Entwicklern die notwendigen Werkzeuge, um effizient und einfach ihre eigene Blockchain zu erstellen, wodurch der Zeitaufwand und die Komplexität der Blockchain-Entwicklung erheblich reduziert wird. Viele sollten wissen, dass Polkadot ein Layer-2-Projekt ist. Es wurde damals unter anderem von Mitbegründern von Ethereum gegründet. Und schauen wir uns auch hier nochmal an, denn Polkadot verbessert die Skalierbarkeit und Sicherheit der Blockchain durch sein natives Shared-Security-Modell, das sich von Layer-2-Lösungen, die optimistischen und Zero-Knowledge-Rollups unterscheidet. Um das nochmal zu demonstrieren, optimistische Rollups stapeln nämlich Transaktionen, wobei die Gültigkeit vorausgesetzt wird, sofern sie nicht angefochten werden und während ZK-Rollups kryptografische Beweise für eine schnelle Integration verwenden. Ja, und das Parachain-Protokoll von Poltergott integriert gemeinsam Sicherheit und ermöglicht es Parachains effizient zu verifizieren und zu kommunizieren. Und das ähnlich wie bei L2-Rollups, jedoch ohne deren Zentralisierungsrisiken. Und wichtige Punkte haben wir hier nochmal. Optimistische Rollups, also paralysiert, aber mit Potenzial für Zentralisierung und lange Herausforderungszeiten. Dann die ZK-Rollups, wo wir dann schnellere, aber komplex und rechenintensivere Protokolle haben. Und Polkadot bietet native Skalierbarkeit, schnelle Finalität und niedrige Entwicklungsbarrieren. Ich werde im nächsten Video nochmal mehr auf das Projekt eingehen, über weitere technologische Themen und Themen des Projektes sprechen. Da wollte ich noch gesagt haben hier, auf jeden Fall, danke, dass wir immer mehr wachsen. Vor allem, wir wachsen, wir gehen langsam auf die 18.000 Zuschauer, 18.000 Abonnenten zu. Auch bei Instagram, wir haben schon die 7.000 erreicht. Auch auf TikTok haben wir schon die 8.000 erreicht. Auch Telegram, 1.500 fast erreicht. Wir werden immer größer, Luis. Da wollten wir auf jeden Fall Danke sagen. Ja, ohne euch ist das einfach hier nicht möglich. Einmal, wie gesagt, riesen, riesen, riesen Dank. Das gibt uns die Kraft, jeden Tag weiterzumachen. Und wie gesagt, vor ein paar Jahren hätten wir das niemals oder niemals daran geglaubt, dass wir jetzt an diesem Punkt stehen. Deswegen, riesen, riesen Dank gehen raus und macht weiter so. Ich wollte auch vielen, vielen Dank sagen. Und nur noch eine Frage, dann seid ihr mich los, Leute. Eine Frage, warum ist hier, hier sind ja die Krypto-Youtuber-Freunde von uns, Krypto-Night-Oven, Anaschisk, Monetendave, etc. Cointrans. Ja, ja, alle, alle, alle mit am Start, finanzielle Freiheiten und etc. Geht weiter die Liste. Warum ist ganz oben Ibiza-DJ abonniert worden? Hat Olga oder du Ege so ein Ibiza-Ding? Ich glaube, nachdem die mit dir aus den Flitterwochen aus Malerinnen zurückkamen, ist hier ein Ibiza-Flair-Siener. Was ist das für ein Kanal, Luis? Was geht denn hier ab? Darum die doch gesagt haben. Ja, das war es auch schon gewesen, Luis. Leute, wir schauen uns das an, wir hören uns ein paar Ibiza-Lieder an und dann geht es weiter. Ich würde einfach mal sagen, um uns zwei und vor allem die Familie zu unterstützen, Leute. Abonnieren wir alle diesen Kanal. Haben gute Laune und drücken auf Gefällt mir. Ja, schreiben in den Kommentaren, was ihr zu den ganzen News sagt. Ihr kennt das Spiel, schaut in der Beschreibung vorbei, um uns zu unterstützen. Werbepartner, aktuell Bitpanda. Kriegt ihr noch 50 Euro, bekommt das Bonus alle Teilnahme in der Beschreibung. Aktuell Bitpanda. Ich würde es jetzt mal sagen, wie ich die Frage wieder starten. In diesem Sinne, Leute, aus. Like den Kanal und bleibt mit uns auf ewig hier verbunden. Im Kryptosektor sind wir alle Sändler oder Kunden. Der Kryptosektor hat genug Benzin in seinem Tank. Sina-Luis-Bo-Doppel-Z sagt von Herzen Dank.